In den nächsten Movies möchte ich Ihnen Affinity Designer vorstellen von der Firma Serif. Viele kennen vielleicht Affinity Photo, das jetzt in allem Munde ist, aber sie haben auch ein Designprogramm. Das heisst, das funktioniert ähnlich wie Illustrator und wenn man von einem Zeichenprogramm wie Illustrator oder Corel kommt, ist das sehr spannend. Man sieht das hier, wie die Webseite aufgebaut ist. Man kann dann direkt darauf gehen. Ich klicke mal hier hin und ich sehe, das Ganze kostet um die 50 Euro oder 48 Schweizer Franken. Man kann aber alles auch mit der kostenlosen Testversion machen, das ich zeige. Sie haben einen Preis gewonnen, ich glaube auch mit Recht. Dann wird das Programm hier erklärt, schaut euch den Movie an auf der Affinity Seite, das könnt ihr selbst machen. Da wird so erklärt, wie das Programm eigentlich aussieht, wie die Werkzeuge aussehen, dann die Steuerung, der Arbeitsbereich, die Details, die wirklich gut gelöst sind, Pixel-optimiertes arbeiten, die Formen, die Dateiformate. Ist es also möglich, Illustrator im und exportieren. Und da habe ich wirklich schon gute Erfahrungen gemacht. Ich habe das getestet. Farbräume, das Slicing auf verschiedene Geräte, wie es ausschaut. Schaut euch das Ganze mal an. In den kommenden Movies werde ich euch zeigen, wie man mit dem Programm einigermassen umgeht. Viel Spass! Bis zum nächsten Mal.